Dynamo TV wird präsentiert von Asti. Hallo und herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Zweitliga-Heimspiel der SG Dynamo Dresden gegen den FC Erzgebirge Aue. Die Partie endete mit 0 zu 3. Ich begrüße alle Gäste in den Miträumlichkeiten des DDV-Stadions sowie die beiden Trainer. Hier vorne neben mir, Pavel Dotschef vom FC Erzgebirge und unseren Cheftrainer Uwe Neuhaus. Herr Dotschef, wie immer gehört das erste Wort dem Gast. Wie fällt Ihr Fazit nach dem 3 zu 0 Sieg hier in Dresden aus? Ja, ich denke, jetzt ist es egal, was ich jetzt sage. Ich habe immer recht, was ich sage, weil wir gewonnen haben. Und egal, was ich sage, ist richtig wahrscheinlich. Aber mir geht es um etwas anderes. Die Jungs haben vorher auch sehr gute Spiele, sehr gute Leistung abgerufen und wir könnten uns nicht belohnen. Und heute haben sie das geschafft. Und ich bin deswegen sehr, sehr froh darüber, dass die mir heute wieder geglaubt haben. Weil es gibt nicht etwas Schlimmeres für einen Trainer, wenn seine Mannschaft gut spielt und er verliert. Und heute haben wir es geschafft, gegen Dresden, gegen so eine spitze Mannschaft, das zu überstehen. Wie das Spiel verlaufen ist, das habt Ihr alle gesehen. Also in den ersten Minuten haben wir unheimlich viel Druck gehabt, mussten wir das überstehen. Mir war auch klar, dass wir im Laufe der Zeit mehr vom Spiel kriegen werden. Und das war auch für mich das, was sich die Spieler weitergegeben haben, dass wir hier in Dresden nur eine Chance haben, wenn wir selber das machen, was die Spieler von Dresden ungern machen. Das heißt, gegen den Ball zu arbeiten, dass die auch defensiv beschäftigt werden. Und das ist uns im Laufe der Zeit sehr gut gelungen. Wir haben das Spiel immer besser im Griff gehabt, bis auf die auch letzte paar Minuten vor der Seite wechseln. Da war man am Schwimmen, da war man nicht mehr so organisiert, nicht so gut gestaffelt. Und der Druck wurde immer größer, für mich war er auch größer. Und deswegen war auch wichtig, dass wir die Halbzeit treten. Da könnten wir in der Halbzeit noch ein paar Korrekturen machen, wo die Fehler waren, wie wir anlaufen. Stefaniang hat sich sehr gut verhalten. Der hat immer Fabio aus der rechten Zone rausgezogen, hat Platz geschafft für Fabio Müller. Und diese Sachen haben wir angesprochen, ein paar andere Sachen haben wir auch noch angesprochen. Das nach der Seite wechseln, haben wir noch mehr Zugriff gehabt. Dann könnten wir auch noch mehr druckvoller anlaufen. Und denke ich auch durch Standards, es ist auch nicht gerade selbstverständlich, gegen so große Innenverteidiger uns noch zu präsentieren. Dann machen wir 2-0 und ich glaube, der Schock war etwas groß für die Spieler von Dresden. Was erfreulich für mich war, dass nach dem 2-0, dass wir weiter nach vorne gemacht haben, diese Laufwege. Und dann haben sie diese Fehler provoziert. Und das war 3-0, denke ich, zum Teil schon eine entscheidende Szene. Und danach haben wir verteidigt. Nur natürlich, die Mannschaft von Dresden hat nichts mehr zu verlieren gehabt. Da haben sie Kutschke gebracht, da haben sie langen Bälle gespielt. Das mussten wir natürlich retten. Das ist nicht einfach. Wir haben die kleinste Mannschaft in der Liga, denke ich. Trotzdem haben sie gut gemacht. Und unterm Strich, denke ich, wie das Spiel heute verlaufen ist, ist es ein verdienter Sieg. Könnte aber genauso umgekehrt sein, dass wir wieder gut spielen und verlieren. Also nochmal, Endergebnis. Sehr glücklich, freue ich mich sehr. Und gegen Dresden hier zu gewinnen, ist einfach spitze für uns. Hier hat selber RB Leipzig Probleme gehabt und die Maschinen der Bundesliga durch. Also was soll man mehr dazu sagen? An Uwe und an Dresden wünsche ich vom Herzen alles Gute und viel Erfolg. Dankeschön. Herr Deutsche, vielen Dank für Ihr Fazit. Uwe, wie fällt deins aus nach der Niederlage? Ja, erstmal danke für die Glückwünsche oder für die Wünsche. Also ich wäre mich so ein kleines bisschen dagegen. Dann würde jetzt alles, was ich sage, falsch sein. Und da wäre ich mich vehement. Ja, vieles hast du ja schon gesagt. Ich glaube, dass wir, und das war auch eigentlich unser Ziel, Aue sofort unter Druck setzen wollen. Vielleicht durch ein frühes Tor den Glaube an einen Sieg von Aue noch kleiner machen. Mit den letzten Spielen, wo du, wie du gesagt hast, wo ihr richtig gut gespielt habt, leider keine Punkte eingefahren habt. Und ja, das ist uns leider nicht gelungen. Ich habe es aber auch gerade erst gesehen, die eine Situation mit Paco, ganz klares Handspiel. Ich finde, der Assistent an der Linie muss es hundertprozentig sehen. Aber es ist nun mal so. Und dann haben wir so ein bisschen den Faden verloren, haben den Druck nicht aufrechterhalten können. Dann hat Aue zwei sehr gute Chancen gehabt und mit der dritten Chance diesen abgefälschten Schuss. Sicherlich ein bisschen glücklich, aber manchmal ist es halt im Fußball so. Und das haben wir dann auch versucht, sofort zu korrigieren, haben Druck entwickelt, haben noch eine gute Phase vor der Hauptzeit gehabt. Ist uns leider auch, weil wir, da muss ich da eine kleine Mannschaft ansprechen, die es richtig gut gerade bei den Standardsituationen gemacht hat, sowohl in der Defensive als auch in der Offensive. Standards von Aue waren immer gefährlich, hatte es immer ein ungutes Gefühl. Und wir haben deutlich zu wenig rausgemacht. Es war überhaupt keine Torgefahr. Und das war sicherlich auch ein Grund. Und in der zweiten Halbzeit wollten wir natürlich nicht sofort volles Risiko gehen. Wir wollten schon Druck machen, ihn stetig erhöhen. Und die Wechsel, die waren ja auch in der Halbzeit schon angesprochen. Wenn sich bis zur 55. und 60. nichts tut, dass wir nicht ins Spiel reinkommen, dann werden wir diese Wechsel machen. Und als ich die beiden schon rufen wollte, folgt das 2-0 nach einer miserabel verteidigten Ecke. Von Aue. Und dann habe ich es hier zu mir geholt. Und dann habe ich das 3-0 gar nicht so richtig mitgekriegt. Das darf natürlich nicht passieren. Also so einen Fehler darfst du nicht machen. Selbst mit dem 0-2 noch über 30 Minuten zu spielen, kannst du noch einiges ausrichten. Das haben wir schon oft genug bewiesen. Und das 3-0 war natürlich für die Mannschaft vom Kopf her recht schwierig, damit umzugehen. Und trotzdem kann ich hier keinen Vorwurf machen. Es war dann sicherlich kein fußballerischer Leckerbiss. Wir haben versucht, auch mit langen Bällen nach vorne zu kommen. Das haben wir nicht so schlecht gemacht. Wir hatten dann in der 61. Minute, glaube ich, von Marco Hartmann die Riesenkopfball-Chance, da nochmal 30 Minuten zu spielen. Mit dem 3-1 gibt es nochmal Rückenwind. Dann ist alles möglich. Aber ich glaube, das war dann auch typisch für dieses Spiel, dass wir da heute kaum Chancen hatten, dieses Spiel für uns zu entscheiden, wenn wir die klaren Möglichkeiten nicht machen. Ja, es ist bitter, es tut auch weh, aber wir haben nicht lange Zeit, darüber nachzudenken. Wir werden morgen abhandeln. Und dann geht es auch unmittelbar danach mit der Vorbereitung auf Kaiserslautern los. Schwer genug das Spiel. Und die englische Woche am Sonntag hier mit dem Heimspiel Würzburg haben wir schöne Aufgaben, auf die wir uns konzentrieren müssen. Und deswegen wird es morgen abgehandelt. Danke. Uwe, danke dir für deine Analyse. Jetzt ist Zeit für Ihre Fragen. Wenn es welche gibt, dann bitte ich um ein kurzes Handzeichen. Dann kommt Frank Schmidt mit dem Mikrofon zu Ihnen. Vielleicht Ihren Namen und das Medium, für das Sie arbeiten. Thomas Nordhoff-Kämmler zum Morgenbeust. Herr Deutscher, wie geht es Ihren beiden erkrankten Spielern? Das weiß ich nicht, weil nach dem Spiel habe ich keine Zeit, mich darum zu kümmern. Niki Adler ist in der Kabine, ihm geht es schon besser. Und bei Clemens van der Kiefer weiß ich wirklich nicht. Also ich weiß, dass er entlassen worden ist. Das war meine letzte Information unmittelbar vom Anpfiff. Ich denke schon, dass er jetzt zu Hause ist und wir werden morgen oder heute Abend Kontakt aufnehmen. Aber kann ich jetzt wenig dazu sagen. Weitere Fragen? Das ist nicht der Fall. Dann bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit. Unseren Gästen wünsche ich mir eine angenehme und sichere Heimreise und viel Glück für den Rest der Runde. Dankeschön. Vielen Dank.